Dieses Video soll nicht zu strafbaren Handlungen aufrufen. Und einen Kennzeichnenden Code enthält, sowie einem Lesegerät zum Auslesen dieser Kennung. Arbeitgeber, Staat, können durch RFID-Chips in Mitarbeiter ausweisen, Personalausweis, Bewegungsprofile von eigenen Mitarbeitern, Bürgern, erstellen. In Deutschland ist eine Dauerüberwachung des Arbeitnehmers, Bürgers, nach der Rechtsprechung unzulässig. Unzulässig ist es daher auch den Aufenthaltsor der einzelnen Mitarbeiter, Bürger, ständig zu überwachen, zum Beispiel mittels RFID. Doch beweisen lässt sich diese Form der Überwachung nur sehr schwer. Theoretisch kann ein RFID-Transponder über Strecken bis zu über einem Kilometer ausgelesen werden und wahrscheinlich werden diese weiten mit fortschreitender Entwicklung der RFID-Systeme noch gedobbt. Der Einsatz von RFID-Chips in dieser Konstellation ist deshalb nur mit Einwilligung des Kunden, Bürgers, zulässig. Ohne die wirksame Einwilligung des Betroffenen stellen die Verfolgung der Bewegungen des Kunden, Bürgers, im Geschäft, Straße, und die Erstellung von Nutzungsprofilen einen gravierenden Verstoß gegen das Recht auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen dar. Der Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland. Die Zerstörung oder Veränderung an diesem Ausweis sind nach der Gesetzgebung strafbar und können mit einer Geldstrafe bis zur Freiheitsentzug bestraft werden, da dies, zum Beispiel das Zerstören des Chips, eine Sachbeschädigung darstellt. Den RFID-Chip im Personalausweis finden Sie in der oberen rechten Ecke des Ausweises. Legen Sie dazu Ihren Ausweis auf eine Taschenlampe oder eine andere starke Lichtquelle. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie den RFID-Chip in Ihrem Personalausweis deaktivieren bzw. zerstören können mit Hilfe einer heißen Nadel und einer Mikrowelle. Erhitzen Sie die Nadel zu lange mit einem Feuerzeug, bis die Nadel anfängt zu glühen. Nun markieren Sie sich die vier Eckpunkte des RFID-Chips mit der heißen Nadel, sodass sie gut erkennbar sind. Erhitzen Sie die Nadel erneut und stechen Sie sie an den vier markierten Punkte durch den RFID-Chip. Um ganz sicher zu gehen, dass der RFID-Chip nicht mehr funktioniert, widmen wir uns nun der Mikrowelle. Stellen Sie diese auf 600 Watt ein. Legen Sie nun Ihren Personalausweis in die eingestellte Mikrowelle und starten Sie sie. Nach ca. 2 bis 3 Sekunden sehen Sie einen kleinen Lichtblitz. Stoppen Sie sofort die Mikrowelle, um weitere Schäden zu vermeiden. Nun haben Sie erfolgreich den RFID-Chip in Ihrem Ausweis deaktiviert.